Radio Zusau Rastenschleifer 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 Am Mikrofon, Frank Kenderbrecht Und zwar haben wir eine Band aus Indien Ich würde sagen, die stellen sich einfach mal vor Wer bist du? Wie bist du? Bitte erzählen deine Band für uns. Hallo, unsere Band name ist Kryptos. Wir spielen Melodik 80s Metal mit Trash Metal. Wir begannen in 1998. Ja. Für 15 Jahre oder so. The singer? Ja, ich bin der Singler und der Gitarist. Leap Gitar? Oder Bass Gitar? Rhythm Gitar. Aha. So, um, we just released three albums. Just recently signed to a German label in A3 Records. So, and this is gonna be our first gig at Racken. Okay. Probably our biggest gig show. Yeah, so that's why we all are very excited about it. It's really exciting. Like, oh. Crazy. It's crazy. Yeah, exactly. Young Sam made it up by and I saw they have a fangirl by side. What's your name? My name is Avili Glo. I'm just a tour manager, international tour. I don't play in the band. Aha, you are the good side and take the hoops. Yes. Exactly. Okay. Okay. I know you are the drummer. Your name? My name is Ryan. Adam. Yeah. I've been playing for a long time. And with the band, we've been playing. I've been playing with them for about 12, 13 years. Okay. Also. The name of the band have you received. As first we had the singer and the guitarist. That girl is the good soul of the band. The good soul from the band you are. Thank you. Thank you. Okay. Als letztes. Ich mache es ein bisschen durcheinander. Als letztes hatten wir den Drummer, den Trommler. What are you playing? Okay. My name is Rohit and I play lead guitar for Kryptos. And it's been seven great years with the band. Okay. Das war auch nochmal ein Gitarrist. Die Band ist das erste Mal in Wacken. Allerdings existiert diese schon ca. 12 Jahre. Wir haben drei Alben raus. What time you are playing tomorrow? We are playing on Saturday midnight. So at 12 o'clock midnight on Saturday. Morgen Nacht um 12 werden sie auftreten und you are playing half an hour or one hour? 50 minutes. 50 minutes. Eine knappe Stunde werden sie sich zum Besten geben. Thank you very much for this small small interview. Thank you. Das heißt Daumendrücken Hive. Hands up. Hands up. Cheers. Dann erstmal vielen Dank. Thank you very much. And all the best. Hier in Wacken. Cheers. Wir haben uns noch ein paar Praktikanten eingepackt. Da haben wir einmal unseren Ralle. Der war auch im letzten Jahr dabei. Ich denke der Ralle wird euch gerne mal begrüßen. Moin Ralle. Moin Moin Metalheads. Ja. Ich koche hier Kaffee. Wir sind guter Dinge. Nach dem nächtlichen Regenguss, der uns doch hier ereilt hat, steigt die Stimmung und wir freuen uns auf die ersten Bands. Für so einen alten Metal Freak, wie ich es bin, freue ich mich natürlich auf die Purple und Rammstein. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.